und herzlich willkommen zu gönn dir was so mein sohn und mann ist wieder da das heißt ich kann auch wieder ein großes video machen weil hier muss unheimlich viel geschnitten werden ich werde heute für unser design team von creative corner von barbara ein layout machen und zwar aus dem paper pad von stemperia old lace da habe ich mir eine seite ausgesucht und habe mir etliche kleinteile ausgeschnitten und alles nötige verlinke ich unten in der infobox dann habe ich nur ein kleines bisschen vorbereitet weil wir sonst hier gar nicht fertig werden das besagte seite die habe ich mit guess so clear bearbeitet dann habe ich mit der modellierpaste von 13 art gearbeitet und mit diesem stencil sondern habe ich jetzt trocknen lassen dann würde ich sagen musik an und ich starte einfach ich habe keine ahnung ich habe einen ganz groben plan und dann gucken wir mal wo wir enden werden viel spaß und dann kommt und dann kommt Untertitelung. BR 2018 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 So, hallo. Ich würde sagen, ich bin fertig. Und ich finde das extrem geil. Mega geil. Ja. Mega schön. Also gefällt mir total gut. Damit ihr mal so ein Verhältnis. Damit ihr mal so ein Verhältnis habt. Wenn ihr das seht, dann ist das ja geschnitten und bearbeitet. Also ich habe jetzt insgesamt mit allen Vorbereitungen, ja, mit Überlegungen und, und, und zweieinhalb Stunden gebraucht. Ja, aber das hat sich gelobt. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018